Hallo zusammen, ich bin Youssef und mache meine Lehre als Elektroniker bei der Siemens. Und heute nehme ich euch in meinem Alltag mit. Oft verliert man das Gute, wenn man nach einem besseren sucht. Mein Lieblingslied ist der Real Slim Shady von Eminem. Unterwegs bin ich oft auf Insta und YouTube. Ich spiele gerne Gitarre und Ukulele, tüftle gerne mit Elektronik und programmiere meine eigenen Apps. Und genau deswegen habe ich die Lehre als Elektroniker gewählt, denn dort mache ich meine Hobbys zum Beruf. Der Alltag von einem Elektroniker ist sehr spannend und abwechslungsreich. Als Elektroniker entwickelt man elektronische Schaltige und auch Mikrocontrollerprogramme. Wir sind mehrere Lehrlinge, die in einer coolen Umgebung zusammen schaffen und sind super Ausbilder. Siemens ist ein Großkonzert mit jahrhundertelang Erfahrung, mit dem wir mit profitieren können. Und es ist cool, ein Teil von Siemens zu sein und der Zukunft beizutragen. So, jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Tag bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch jetzt wieder Siemens.